Kyria, Kyria, Helde, Ison. Kyria, Kyria, Helde, Ison. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Gott, du bist ein Gott der Bewegung. Bist du auch ein Gott der Institutionen? Hast du dir das so gedacht? Wir geben uns Mühe, als evangelische Kirche in Mitteldeutschland, dir gerecht zu werden. Ja, manchmal ist das mühsam. Danke für alle, die in unserer Kirche haupt- und ehrenamtlich tätig sind. Für alle Synodalen, die in dieser Woche wieder Weichen stellen für unsere Kirche. Segne sie alle. Schenke Weisheit und Geduld und Humor. Dass sie in allen Sitzungen dich atmen hören können und seufzen und manchmal auch lachen. Amen. Dona, nobis, passen in terra. Dona, nobis, passen, domine. Dona, nobis, passen, domine. Dona, nobis, passen, domine. Gott, nobis, passen, domine. Vielen Dank.